Sieben bis... Ach, Bruder, muss ich direkt los hier. Oh, ich werde dir so die Schlossallee wechseln. Das werden wir sehen. Na, kauf mal den Hotstar, kauf die Scheiße. Ich kauf mir die dicken Dinger jetzt hier. Guck mal, hier Ereigniskarte, rücke vor bis Schlossallee und dann haben wir den Lachs auch schon wieder geklärt. Mäh. Wie groß war denn das Rainbow-Update? War das groß? Joa, also aktuell dauert das bei mir 17 Stunden. Ah, okay. Boah, sowas billiges will ich eigentlich nicht. Scheiße, aber ich muss es kaufen. Ach, leckt das gerade bei mir. Einfach in Monopoly leckt, sag ich. Perfekt. Oh, 10. Perfekt, ab ins Gefängnis direkt. Leggi lobt. Oh, das Gute ist im Knast, wir sind gar nicht schneller zur Schlossallee pushen. Oh, jetzt bist du irgendwie zu leise bei mir. Laut? Zu laut? Ne, zu leise. Ach, zu leise, Digga, ich hab... Ich muss erstmal wieder hier einstellen, dass das Spiel leiser ist als du. Sag mal was. Rücke vor bis zu Schlossallee, das sag ich. Sag ich. Siehst du das? Ja, drück okay. Ah, ups. Ups. Ah, fuck, ich wollte... Oh, ne! Ich wollte 50 zahlen, Mann. Ach, jetzt muss ich wieder ne Runde warten. Ach, ne, es war ein paar Schaden. Ja. So. Ja, möchte ich kaufen, dann nächst du gleich auch, Dankeschön. Ach, scheiße, das ist schon das zweite Orangene. Muss ich jetzt im Störsender gleich mal auspacken. Äh, mach mal. Fünf... Fünf... Oh, ne, das ist kein Bahnhof, ich dachte grad schon. Das ist Zahlen, oder? Nein! Ja. Mann. Perfektobeli. Das Bahnhof, glaube ich, ne? Hm, ne. Ne, aber ein gelbes, nehme ich auch. Das Ding ist, das Dunkelblaue bringt mir nichts, wenn du die anderen Sachen kaufst. Ich musste mal jetzt pushen. Push. Oh, das klingt gut, ne? Ist das nicht so ein Werk? Ja. Oh, das brauche ich. Energie. Warte mal, das ist gut für dich, glaube ich. Ist das... Das ist es. Ah, chillig. Das ist es. Scheiße. Easy clip. Ah, jetzt. Das wird doch schon wieder so eine richtig dreckige Runde. Ja, Ereignisfeld. Zalim, Spieler 50. Ach, schade. Da ist eine Verratungsgebühr. Nein, das ist ein braunes. Ey, du hast übelst viele Sachen schon. Keine Rolle, ich würde. Jetzt muss ich mal reingehen. So zum Beispiel, dir das andere Orangene kaufen. Ach, der Scheiß auf dich, Jungs. Ich kauf's dir ab für 500. Auf Jalake 1, denn... 5 ist das? Ne, das ist das nicht das andere, oder? Ne, ich dachte gerade, dass dieses andere Wasserwerk, der oder was das ist. Aber... Der Opernplatz... Der gefällt mir auch. Ach, chillig, ja. Das ist ja das Wasserwerk. Das ist ein wichtiger Einkauf. Das ist es. Aber jetzt habe ich kein Geld mehr für die Grünen. Das ist jetzt scheiße. Ach, brauche ich sowieso nicht. Ich glaube, du musst jetzt sagen, ne? Ja, ich glaube 100, oder? Ach, scheiße. Oh, das ist ein Ereignisfeld. Warum? Ja, klar. Schon wieder 350 Dollar oder so von mir drin, glaube ich. Soll ich einen 1er Porsche? Spielereignisfeld, was ist denn jetzt los? Hier Ereignis überschlagen. Röcke vor, bis zur Seestrace. Mh. Kauf ich. Aber jetzt habe ich kein Geld mehr, das ist jetzt belastend. Ist das das erste Einkommen? Das ist das erste Nebeneinkommen. Aber du musst dir den Armen ja auch was geben. Oh nein, grünes. Ey, du hast echt gute Käufe gemacht schon. Ja, bringt mir nichts, weil ich keine Straßen da habe. Stimmt auch wieder. Nein, nein, ist froh, oder? Ja, scheiße. Ja, top. Das war ein guter Furz. Das wird hochgeladen, ist mir egal. Nein, ich kann es nicht küssen. Oh, scheiße, und du hast schon eins. Ein Gelbis. Ich muss das andere gleich irgendwie in der nächsten Runde snacken. Ach, fuck, Digga, du hast schon 100 gemacht. Ja, nochmal das Schillen-Siegel rausgeholt. Ich habe das schon 10 gemacht, Digga. Ah, ja. Memo. Ja, aber jetzt kriege ich 200. Du musst dir nicht abgeben. Schön nochmal was rausgeholt. Bitte jetzt auf kein... Nein, nein, nein. Das ist nicht gut, glaube ich. Das ist gar nicht gut. Du hast zwei Grüne, zwei Gelbe. Ich muss da so einen Störsender gleich machen. Ja, ich konnte nochmal 10er. Ja, nochmal die 4 Dollar rausgeholt. Nee. Ja, doch, nee, ja. So macht man Geschäfte. Ja. Okay, jetzt mal Pleite für die nächste Runde. Oh, nee, das ist... Oh, ja, du hast 85 Dollar. Ja, ja, 75. Jetzt kommst du gleich schön auf das andere Gelbe oder das andere Grüne. Ah, das ist mein Fett, ja. Perfekt, alles cool. Kannst gleich schön abdrücken. So, jetzt schnell über Los pushen. Ah, ja. Auf Los sogar. Zack. Jetzt snagge ich die Gelben weg. Warten werden wir sehen. Erstmal, was ein hellblaues. Oh, ja, was kann ich dir... Ja, ich mach einfach meine Option. Du bist so ein Hure. Zack. Tch, 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 tch. Huch. Hoppla. 75. Moistie Meier. Jetzt geh ich freiwillig ins Gefängnis. Easy, komm. Ach, nee, Digga. Scheiße, nein, Digga. Oh, ich mach so easy Geschäfte. Boah, Scheiße. Das sind schon extrem leckere Geschäfte. Hätte aus Versehen fast zurückgezogen. Dann wäre ich gebraucht. Ordentlicher Pleite. Schön für 150 hier zwei dicke Felder geholt. Jetzt hol ich mir hier noch eine Ereigniskarte. Nee, ist gar keine... Ach, ich kann mit dir... Nee, du hast eine ganze Ecke da. Nein! Digga, du hast eine ganze Straße... Du Fotzenficker, Alter. Ich kann dich irgendwie gar nicht hören. Zack. Aber das Ding ist, ich bin jetzt auch ganz schön pleite. Ja. Aber ich bin immer noch mehr als du wichtig. Nuttenficker, ey. Ich komm jetzt schee auf, oh. Ja. Scheiße, auf dich, Digga. Das ist 50. Ich hol mir gleich hier die nächsten für noch weniger. Pff, 50. Alter, ich kaufe dir gleich Häuser für 25. So ein Ding wird das nicht mehr. Ich will, nein, das ist abtasch, Junge. Und jetzt... Nein, ich dachte, ich hab eine 7. Ach, für 25 hab ich dann auch alle Rote. Mmh. Das wär's ja mal... Schon wieder so lächerlich, das Game, ne? Das ist ja... Die Runde läuft immer komplett rückwärts für dich. So lächerlich. Ich hab grad für knapp 300 Dollar vier Felder oder so gekauft. Tja, da krieg ich gleich direkt beim Rot-Game. Ja. Noch kann ich nicht bauen. Noch kann ich nicht bauen. Trotzdem, Junge. Ja. Nein. Aber du kannst schön noch eine Runde drehen und gleich schön Biete zahlen. Ist sogar gut für mich, dass du nicht über loskommst. Ja. Scheiße. Notenbumser, ey. Ich brauch so die Felder, Junge. Ich muss dir so das Grüne wechseln. Necken. Was einfach 25 Dollar ist. Das ist sowas Gutes, oder? Ach nee, das Orangen, die sind schon alle weg. So, jetzt bitte eine 4, 5, sowas um den Dreh. Ja, das ist jetzt scheiße, tatsächlich. Das ist jetzt scheiße. Du darfst auf gar keinen Fall eine 10. Aber du kannst nicht zahlen. Aber du kannst es nicht zahlen. Aber du kannst es nicht zahlen. Ich kann nicht. Ich kann. Aber jetzt ist der Pasch, Digga. Ach, oh Gott. 450 Dollar. Ich dachte gerade, oh mein Gott, du kannst da einfach nicht rauskommen. Back im Busyless. Back im Busyless. Scheiße. Jetzt muss ich hier schnell über loskommen. Aber ganz schnell. Back im Busyless, ey. So, hier die Karte nehm ich doch mit. Erhaltet von jedem Spieler 200 Dollars. Mach ich mal einen Ausflug zum Bahnhof. Und nochmal 200 Dollars. Ach, Digga. Digga, das ist schon wieder... Junge. Ach, Digga, nee, das ist schon wieder... Aber der ist der erste Bahnhof. Der ist der erste. Komm, mach mal. Du kriegst schon wieder Geld, Alter. Du kriegst einfach wieder Geld. Oh, meine Nebenkosten mit mir. Was ist das denn schon wieder? Nee, aber da ist schon wieder Kopfball im Glück. Passives Einkommen. Ich sag's und predige es immer. Passives Einkommen ist das A und O. Passives Einkommen ist das A und O. Das ist ein Bahnhof. Ein Bahnhof? Dir, das ist ein Bahnhof. Ich muss dir ja auch mal was gönnen, ne? Da. Passives Einkommen für dich. Komm. Egal, 14. Das ist jetzt nix. Da ist jetzt nix. Da muss man auch die kleinen Sachen mitnehmen. Da unterschätzt man halt. Da ist hier... Da hast du den Bahnhof doch schon wieder raus. Du hast es. Du hast es. Ich hab einfach pink und rot schon komplett nach 10 Minuten oder so. Dann ist das ein paar Mal wieder rausgekommen. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Immerhin. Aber das ist nichts, oder? Oh, doch, das ist was. Second Eye ist mir gekommen. Das triggert mich jetzt 399, ey. Ach, ne du, ey. Das triggert mich jetzt. Überweis mir mal einen Einer. Ja, der verschreckt mir. Irgendwie der 500 Dollar ist von mir im Pott. Nein, nein, du hast alle 3. Scheiße. Die Game sind so lecker. Die Game sind so dick. Weißt du? Einfach nur, weil ich Angst davor habe, dass ich diese Scheiße da gleich haben werde. Ich muss jetzt einfach eine Hypothek nehmen, ey. Jetzt muss ich mir da, oh, ey. Was machen wir da? Du bist da hinten? Ja, fuck, Alter. Wie viel brauche ich, was kostet der Gerät? 340 oder so? Keine Ahnung. Steht ja nicht, ne? Mehr Hypotheken auch nehmen, als ich auch schaue, weil... hat er eben wie viel muss ich noch nehmen das hat letzt mal geklappt als du das gemacht hast aber sogar auf meinen schaden vor wie auch mal abdrücken jetzt auch die kugel wenn es klappt hätte aber schon wieder die junge du kommst gefühlt 27 über losgehalten was denn das ich nehme meine hypotheken wieder zurück hallo ich hoffe du kommst jetzt auf ein grünes gleich wieder so auf mhm auf leckere bar aber das soll es sein ich hoffe du kommst jetzt auf ein grünes gleich wieder so auf 8 was ist das ist das ein bahnhof lagerverkäufe lagerverkäufe und vor wie was auch immer du im lager hast das vorfügel kostet er braucht 44 aber ich hätte da einfach noch dicks machen müssen hätte es so eine 10 gezahlt stimmt wenn man es vergesse ich immer wenn man 3 hat dann kriegt man ja nochmal so einen kleinen Prozentenbonus mhm mhm bruch bruch obwohl ich habe eins ich habe meldenloes kein bruch du kannst nicht bauen ich dachte gerade egal mehr miete für die straße als für dich so 5 oder 6 5 6 5 6 trümmerbruch miete her damit bahnhof 25 25 ach scheiße ach vielleicht soll die Oma zu benden doch wo so Mann 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 jetzt mal eine 10 den anderen auch noch snacken kurz ich weiß nicht ob ich riskieren soll auf dem roten gleich bauen das denke ich mir so 310 200 200 100 89 89 Ach der Egal knarscht, knarscht ist gut Knarscht So jetzt chill ich hier erstmal 3 Runden Nein, Bahnhofer Börhof Nein Ah ich dachte gerade kurz die ersten 250 kostet Wauwauwauwauwauwauw Aber du kommst jetzt auf ein grünes, so ein Ding wird das nämlich Dach hast du das schon in Haus gehabt? Ja Ach so Das hab ich gar nicht gerailt Warte mal, ich kann nicht mal hier wieder... Ich hab irgendwie gar keinen Sound an, ich kann nicht mal... Du wirst... Ja, ich hab mal einen kurzen Sound angemacht. Ich hab den letztes mal ausgestellt, weil der mir übelst auf den Sack ging. Danke. Digga... Also das schon wieder lächerlich jetzt. Ja, bitte, und du kommst auch ins Jahr da raus, du bist ein kleiner... Ein Huhu bist du. Das ist ein Grünes hier. Ich dachte, das ist ein Grünes. Digga, was soll ich denn sagen, was ich dachte? Also die Hypotheken wieder raus hier, also... Jede Runde ist das gleiche. Oh, wenn ich jetzt gleich mal loskomme und kaufe ich glaube ich auch ein Häuschen. Ja, drück erstmal Miete ab. 44! Digga, warte mal, ich will mal ein kurzes gucken, wo ist denn hier? Ach, da ist noch ein Grünes. Ich dachte, das ist hier ja direkt nebeneinander. Zahle für jedes Haus, ein Zehner oder so? Ach, ja! Ich hab sowieso keine Häuschen. Die reichen werden... Ach, hast du wieder verkauft? Nö. Nein. Wäre ich sogar lieber auf das Dunkelblaue gekommen. Wäre einfach günstiger. Was? Das war's noch mal wieder in meinem Haus kaufen. So? Du Dreckiger. Junge, wie du dich... Das ist so krank, wie du dich immer zurückkämpfst. Du hattest vorhin... 20 Dollar. Ich hab dir alles weggekauft. Das hat mir trotzdem nichts gebracht. Du hast einfach jetzt 600 Dollar. Keine Hypotheken und trotzdem 600 Dollar. 16 Dollar. Wen wollen hier eigentlich verarschen? Ist das dein Bahnhof? Nee. 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 Du bist so nah dran an den Roten, da lohnt sich jetzt nicht zu kaufen. Wenn du jetzt raufkommst, brech ich. Ich bin gebrochen! Ich bin gebrochen! Ich wollte erst was kaufen, Digga. Hast du irgendwo... Nee. Du hast kein Haus irgendwo, oder? Aktuell nicht. Nee. Scheiße. Ja. Easy. Wo bist denn du jetzt? Ich weiß nicht, ob ich riskieren soll. Da bist du schon. Hm. Boah. Machen wir hier so einzeln, ne? Ja, kann man hier auch nochmal einzeln. Ich glaube, du hast jetzt nicht genug Geld. Nein, das ist... Nein, nein! Ja, klar, Digga. Hundert, Digga. Hundert. Hundert. Hm. Das ist so lächerlich, Mann. Du hast Häuser gekauft, die immer noch genauso Geld wie... Ach. Ja, genauso Geld. Genau. Ja. Ja, und die noch mehr Geld. Boah, Clean 600. Das ist lecker. Ja. Wie, wie sind's? 8 Dollar? 8 Dollar, ja, klar. Normal. 4, 8, 4. 4, 8, 4. Ja, immerhin über los. Ich kaufe dieses kackbraunen Drecksding da jetzt weg. Zack. Falls du da raufkommst, auch mal die 2 Dollar mitnehmen. Besser als wenn du da drauf baust. Probier's. Oh, jetzt könnte ich... Jetzt könnte ich eigentlich... Mal reingehen. Aber ich kann erst nach der Wunde... Ach, lost. 600... Ecken habe ich. Da kann ich auch mal reingehen jetzt. Erstmal entspannt für jeden eins kaufen. Zack. Du kommst eh nicht drauf. Ja, aber das ist glaube ich nicht viel. 100 oder so. 90. Bisschen cringe. Ach, jeder Spieler schenkt dir einen Zehner. Knasht, Alvin knasht. Nee, doch nicht. Ey, das ist so frech. Passiert heute. Sau frech. Auch noch der Bano. Ja, klar. 8 Dollar wieder mitnehmen. Komm jetzt... Nein, ich hab... Ich will nicht aufs Grün. Ich hab nicht genug Geld. Bruch, oder? Ist das ein Bruch? Das ist ein Bruch, oder? Ist das ein Bruch? Das ist ein Bruch. Du hast alle Grüne. Du hast alle Grüne, der kleine Herr. Grün und Kelb, die Ecke, die wird nicht so viel gewaltigen. Oh, ihr Schwestern. Du hast drei Grüne, ey, ey. Ich pack's nicht. Oh, drei Grünes. Und auch die Gelbe. Oh Gott, die Gelben hast auch noch. Oh, Trümmerbruch. Insolvenzbankrott, ey, ey. In-Kami. Pappelapapp. Ich muss jetzt hier irgendwie mit den roten Feldern da irgendwas rausholen. Ach, Tril, hast aber nicht so viel Geld dafür. Ey, du hattest 25 Dollar vorhin. Wie hast du das gemacht schon wieder? Irregier… Das alles. Ja grade, du kommst genau dazwischen im Glättehschuss. Der kleine Barb. Starro. Oh, ja. Stru. Von mir aus. Oh, ich hab 600 Dollar raus. Ich weiß nicht, ob ich riskieren soll oder ob ich warte, bis ich über die Todesstraße hinweg bin. Ich riskiere, ich riskiere. Nur riesig, nur für ihn. Das sind 450 Dollar schon wieder, meine Fresse. Komm. Wenn du jetzt eine 4 willst, ich wollte erst auf die 4 würfeln jetzt, falls jetzt eine 4 kommt. Ja, aber die reichen, die reichen nicht. Die reichen. Aber 50, damit kann ich leben. Scheiß drauf, Junge. Mit 50 kann ich leben. Ja, und ich komme. Du hast ein Feld in dieser Scheißstraße oder so. Komm schon bitte, jetzt irgendwas niedriges. 3 oder 4. 3, 4, 3, 4. 3 oder 4, du würfelst natürlich eine 5. 4, 5. 5. 10. Ist noch Haus drauf, ne? Nein, was? Ja, und jetzt bitte eine 2, ich will einen Knarscht. Ach, das ist gar nicht gut, oder? Ach, das ist doch. Ach, das ist sehr gut. Aber bitte, ich habe jetzt noch mal einen Pasch, bitte. Noch mal einen Pasch. Der Paschkönig, der. Ja, ich würde mir jetzt so 3 Runden hier einen Schaukel in den Knast. Joa, ne? Bleibst du jetzt im Gefängnis erstmal, oder? Ja, ja, 3 Runden chill ich jetzt hier. Aber schein, ich kenne dich jetzt, ich würfel einfach direkt noch einen Pasch. 4 Pasche in Folge. Zubeenden. 2 Dollar. Passives Einkommen aus dem Knast. Auf dem Knarscht. Auf dem Knarscht. So. Schade, aber auch leider kein Pasch. Schade. Wohl, ne, ich muss zahlen jetzt, ne? Das ist auch noch dein Feld, ich muss doppelt zahlen. Einfach, 85 Dollar ist noch. Boah, schade. Boah, schade. Fofi schmeckt. Schade, 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 Mensch. Boah. Da hab ich ja gar kein Bock jetzt drauf. Ja, ja, ja. Du hast ja auch nicht den Knarscht. Ja, ja. Ja. Du brauchst das glaube ich gar nicht, oder? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Wichtige Einkäufe getätigt Hör mal, hör mal, hör mal Fehlen noch 60 Fehlen noch 11 Ja, 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 ja Jetzt hat es dir gleich wieder zurück 19$ und jetzt direkt die 3 mit der Schaue Ich muss einfach nur darüber hinwegkommen jetzt über die Scheiße. Sieben. 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 Nein. Nein. 150. Ich dachte 400 oder so. Ja, das ist ja nicht so. Ich übertreibe mal nicht alle mit einem Haus. Ja, das ist ein grünes. Ich dachte locker. Mit blau oder so bestimmt. 200 Dollar könnte ich gebrauchen. Wichtig. Hm. Gehe ich Risiko ein und kaufe nochmal? Weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Ja. Als ich was mit Baum gelesen habe, dachte ich, du musst jetzt zahlen. Ich auch. Da haben wir da jetzt eine Fünfe. Du hast einfach 400, 500 Dollar. Woher? Hallo. Jetzt muss ich schon wieder so viel abdrücken, ey. Ich gehe gleich Risiko ein, wenn ich gewürfelt habe. Ich kaufe gleich nochmal. Volles Risiko. Oder? Ne, ne, ne. Ich kann es nicht. Ich pack es nicht. Ich kann es nicht. Ja, aber scheiße. Ich hätte es riskieren sollen. Ja, äh. Das ist irgendwie so ein dreckiges Nebeneinkommen irgendwie. So, das ist nicht das geilste Feld, aber mit zwei Häuser. Boah, ich habe 600. Kannst du jetzt erstmal gleich wieder auf den Film bei mir kommen, sonst können wir weiterreden. Boah, habe ich jetzt irgendwie tatsächlich nicht so Bock darauf, da nochmal raufzukommen. 3, 4, 6, 8. Jawoll. Aber das ist nur ein Bahnhof, oder? Nein, was? Egal. Ist noch alles im Rahmen, ist noch alles im Rahmen. Ich muss direkt wieder abdrücken, oder? Ne, doch nicht. Du Hurenzogung. Ja. Ja. Zeig mal, dass ich jetzt nicht so dreckig bin. Nee, 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 nee. Der Jäger, als ob ich so viele Häuser haben, Mann. Aber gleich komme ich wahrscheinlich wieder auf den Park, oder so. Ich weiß nicht, soll ich riskieren gleich? Ich will eigentlich riskieren, aber... Aber auf welches? Ich kann nicht auf alle drei, dafür fiel mir 15 Dollar, um auf alle drei zu gehen. Scheiße. Scheiße. Bitte. Das ist schon wieder Bruch, das ist jetzt... Einfach mal so eine Elf würfeln jetzt, so eine Elf oder so. Elf, dreizehn, vierzehn, vierzehn. Elf, dreizehn, vierzehn. Ja, wahrscheinlich vierzehn würfeln, oder? Boah, ich brauche dieses Freiparken, da sind schon wieder 300 Dollar drin. Bitte würfel ne Elf oder so. Ja, das ist auch ne Roten. Hast kein Haus drauf, ne? Bitte. Ne sieben. Bitte. Ich bin ein armer Schlörger. Ja. Na, Dinger. Ich hol mir mein Geld zurück. So, und jetzt schnell hier noch auf dem anderen Roten. Ja. Zuck. Ich hoffe, ich konnte nicht drauf, ey. Ach, nein, das ist sogar das treuerste. Ne, doch nicht, Dinger. Dein Vater. Schmeckt schon... Dein Vater, Dinger. Ganz schön lecker, Dinger. Schmeckt ganz schön lecker, muss ich dir sagen. Woher? Du bist still, Alter. Ja, 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 ja. Oh, so ein Hotel auf dem Roten würde schon schmecken, Dinger. Tausend. Hm. Da wird auch mal eine Hypotheke aufgenommen. Oder was ist da los? Was wird da jetzt gemacht? Ich würde so richtig fühlen, jetzt einfach in Knast gleich. So, stoppen wir mal hier auf vier Häuser auf. Erstmal noch kein Hotel. Das ist mir zu risikoreich da in der Straße. Oh, wie das aussieht, Dinger. So, da rushe ich jetzt ganz schnell durch. Zack. Frech. Zack. Und... Da ich jetzt durch bin, wird mal kurz geshoppt. Hotel. Hoppla. 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 Vier Dollars noch. Ich muss... Muss ich zahlen? Ja, klar. Einfach vier doll. Aber das Gute ist, ich habe noch so Hypothek-Dinger. So die pinken brauche ich eh nicht. Säger. Einen kleinen Puffer habe ich gleich noch, falls es riskant wird. Was für riskant, Junge. Junge, ich habe vier Dollar, wenn ich auf ein Grünes komme, ein Rip. Auf ein Grünes. Säger hast du erst mal 20.000 Einkommen. Auch mal mit vier Dollar, die vier würfeln. So, und jetzt bitte die sieben. Ich will einfach nur ins Gefängnis. Scheiße, ich auch. Ich auch. Ich will einfach nur einen Knarsch gerade. Oh, guck mal, wie das aussieht. Rot auf rot. Ja. Und jetzt bitte die sieben. Dein Vater, Junge. Ja. Ich wusste es. Egal. So, dann nehme ich hier, hole ich mal meinen Puffer. Zack. Zack. Hole ich mir gleich wieder schön zurück. Das ist echt geil, solche kleinen Rücklagen zu haben. Weißt du, was ich meine? Einfach so Felder haben. Wo du dir denkst, äh, weiß ich auch nicht. Zack. Zeh, du kannst es noch raus holen, du kannst es rausholen, du weißt wie ich meine. Was für raus holen, Digga. Junge, verkauf die grünen, verkauf die, du hast noch ein dunkelblaues, es gibt dir 100 oder so. Der Cousin kann was raus holen, ey. Nutzt sich gar nicht, Alter. Ich bin heute auch hart, Digga. Ich droppe dir keine Donation heute. Woher soll ich denn jetzt noch 400 rauskriegen, Alter? Das gelbe, grüne. Ja, trotzdem, Digga, das ist nicht mein einziges Einkommen. Was für Einkommen, Digga, was für Einkommen? Bahnhof, Bahnhof hast du noch. Guck mal, sind 200 Dollar, das sind die beiden Bahnhof. Fehlen immer noch 200. Ah, ich hab dich in einer halben Stunde oder wie lange wir zocken einfach geflaxt. Das reicht. Aber weißt du, was das Gute ist für dich? Du kannst nicht in dieser Runde nochmal auf 1 kommen. Das reicht schon, Alter, das reicht. Ach, ich muss ja 1.050. Oh, Digga, was machst du denn? Ja, du machst so Minus mit diesen ganzen Hypothek kaufen und wieder verkaufen. Nee, ach, Digga. Da sind immer ein paar Zinsen, ja, ein paar Zinsen, Digga. Ich hol mir jetzt erst mal meinen Puffer hier wieder. Ach, was für Puffer. Oh, das sind gleich meine Haupteinkommen hier. Zack, auch mal ein Haus kaufen. Zack, 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 zack. Oh, jetzt fällt mir das. Ein bisschen gön. Oh, jetzt fällt der Medal. Also, dann kann ich die Impfung fahren hier. Ein bisschen geltener. das wird sich irgendwie extrem geil an doch schade musste 50.000 was kommt nach die reichen werden reicher die 8 8 und ab und knascht jetzt muss ich doch nochmal ach ich muss gar nichts sagen hoppla ich höre mich auch nicht hallo was ist denn los bis in klima geht bis ins spiel ich will aber auch irgendwie nicht immer loskommen hier gerade das ist jetzt lächerlich wie du durchkommst und das ist jetzt lächerlich das bedeutet nicht dass du darüber hinweg bist du kannst jetzt schön nochmal da gleich durch so ich nehme jetzt hier die 200 mit und werde dann nochmal hier schön ein eigenheim bauen zack ich mache mal so ein zweier pasch jetzt so 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 so